Schönen guten Abend Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chivalry. Chivalry? Chivalry. Ganz wichtig, ich werde versuchen darauf zu achten, auch das richtig auszusprechen. Ich habe gar nicht im Team-Modus richtig verstanden, der hier läuft. Ich auch nicht. Ich glaube, es heißt Töte alle. Ich glaube, es heißt Free for All und es kann wirklich heißen Töte alle. Aber frei für alle, ja. Ich darf auch gegen dich kämpfen, aber ich habe schon zwei. Alles, hier ist alles einfach nicht. Ach, deswegen, ich habe mich so über die die Spornpunkte gewundert. Ich nehme mir jetzt mal was an. So, nehme ich mir jetzt mal so eine Axt. Was? Nein. Axt. Was ist nochmal Blockbrechen? F? F, ja. Das hat der Gerd gemacht, der Penner. Und das prangere ich an, wenn ich Fischkopf wäre. Würde ich das hart anprangern. Ich glaube, ich werde mich verstecken. Alter, was hat das denn für eine Weisbeleitung? Ey, das ist unglaublich. Mein Gehirn ist da, glaube ich, rausgeflogen. Chack. Worte mal. Oh, die habe ich. Ja, der, äh, der ärgert mich auch noch. Ich meine... Ich komme mir... Oh, auch mal nur so ein kleines Waffen. Ein, die machen ja gar keinen Schaden. Äh, ich habe Glück, ob du da mal einen erwischst oder nicht. Nein. Aber ich muss das spielen. Ich muss, äh, diese anderen Äxten freisschalten. Was ich mir allerdings wundern, warum habe ich denn hier keinen Schild? Ich will doch ein Schild da noch. Der hat doch ein Schild, ja, aus dem Foto. Was soll das? Ach. Die lasse ich da mal fair gegen einen anderen kämpfen. Also dieses Blocken, ne? Also versuche ich mal, mal in diesen hübschen Bo-Schützenfreund jetzt greifen. Ja, ich würde ja gerne so mit dir spielen, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Ach, das ist doch okay. Wow. Chack. Oh, jetzt habe ich dann so raus, wie es funktioniert hier. Mit der Axe. Wo ist denn die Rolle? Tod. Ich kriege kein Bein auf dem Boden. 3 zu 6. Das Blöde ist, ich kann ja auch gar nicht taktisch spielen, so ohne ein Team hinter mir. Ja, also, wie gesagt, nein, das ist jetzt auch nicht... Wie gesagt, ich kann immer nur von hinten mich ranschleichen. Was ist denn? Ich kann mich von hinten ranschleichen und hoffen, dass der mich nicht bemerkt. Wow. Das ist generell immer eine gute Idee, das versuche ich auch immer. Aber das mit dem Timing beim Blocken habe ich noch nicht 100% raus. Da muss ich ja warten, bis der tatsächlich ausgeholt hat. Und nicht schon auf Verdacht blocken. Ich bin ja so ein Verdachtsblocker. Dann faked er das nur an und so. Das ist ja auch durchaus die Möglichkeit, das zu machen, ne? Warte, ich habe zwei mit einem Schlag erwischt. Immer. Oh. Ich habe zwei mit einem Schlag erwischt und dann hat es mich erwischt. Wow. Und Kopf ab. Der eine hat ja ein hübsches Lila gewandt an mir. Also, frei für alles. Ein hirnloser Spielmodus. Kann lustig sein. Wer ist das? Pass auf, wo geschützt ist. Von hinten. Nein. Oh, der hat aber eine Reichweite mit der Hellebade. Das ist ja... Hä? Aha, ich wollte schon sagen, das ist nicht mein Kill. Ich merke gar nicht, dass er hier hinter mir herläuft. So, sieben zu acht. Da steht einer, der ist. Das ist doch nicht mehr so schlecht. Oh, fuck, du Bitch. Er hat mich richtig mit der... Mit der Axt, als ich in der Ecke kann. Da ist ein Leckerhahn. Aber auch hohen Mobben. Dann werde ich echt sauer. Oh. Nee. Warum schlägt er nicht? Und warum brenne ich? Das ist eigentlich cool, um irgendwelche Sachen freizuschalten. Aber ich brenne. Warum brenne ich? Das kann der Bogen schützen. Oh, scheiße. Ich will mal einen... Also, ich glaube, der... Ich glaube, der ist... Dick AFK, oder? Doch nicht. So. Das war ich. Toll. Nein? Echt? Das war ich. Tut mir leid. Ich habe gerade meine Waffen ausgewählt. Ich habe gedacht, schon, der ist dick AFK. Du hast ja dann gut geblockt. Aber ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen Nachhilfe. Nein. Das war Glück. Tut mir leid. Hätte ich das gewusst, hätte ich es echt nicht gemacht. Aua, hätte ich es echt nicht gemacht. Ja, ist ja auch schon von in Ordnung. Da ist es ja nur ein Spielbruch. Das war es ja auch schon. Ich habe schon gesagt, dass du hier bist. Ich verstehe. Ja, da läuft das ja, wenn ich mich mit der Armbrust... Bist du jetzt ein Armbrustschütze? Ja, ich habe mich auch mal so zu so einem hinterhältigen Armbrustschütze gemacht. Oh. Na ja, gut. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wenn man nicht schießen muss und... ...wann nicht. Der eine... Der eine hat es gar nicht viel merklich. Das war es natürlich easy. Hey. Zack. Boah, ich sollte aus Scheiden weg sein. Wuhuhuhu. Abstauber. Wo hier in der Ecke geht... Oh, der hat irgendwas zu... Der hat eine Granate. Ich brenne. Die Drecksau... Die Drecksau. Ja, die gehen immer richtig steil. Da müssen wir einen... ...brandgang machen. Ja, ey. Mal ganz ehrlich. Woher haben die die? Wer ist das da? Bist du das? Wir haben sie so feige gespielt. Wer dann? Woher? Mit der Holy Hand grenade hier? Ja, ich hab die noch gar nicht. Wow. Ich wusste es immer, wenn ich... Wenn ich ein von hinten angreife, werde ich natürlich auch von hinten weggemacht. Das ist ganz klar. Also dieser Kleinstwachen hier, die entsprechen noch nicht so ganz... ...und... 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 unglaublich. Aujahr! ...und... ...der sticht mich nicht in dem engen Raum hier. Das ist nicht wahr. Komm schon. Aujer! Ich hab einfach rumgestanden und dumm rumgeguckt und der ist auf mich zugelaufen und hat nicht seine Verteidigung hochgenommen. Nein! Oh. Das hab ich aber richtig heute geschlägt hier. Nein! Ich hab ihn noch anlaufen. Nein, 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 nein! Nein! Oh, das ist unfair, ich konnte nicht ausweichen. Oh, 13, 15. Ich muss auch ausweichen. Kann der jetzt... Ach so, der kann jetzt auch ausweichen. Ja, okay, also es geht wirklich nicht in so die schweren Klassen, ne? Dafür haben wir jetzt dieses Anstürme. Oh, oh! Oh, oh, nein, nicht mich! Lass mich! Bist du das? Du kämpfst gegen den anderen. Nein! Nein! Oh, komm, schau zu. Oh, nee! Oh, Ham hat wieder... Ham hat wieder gleich gezogen und... Wer ist denn noch? 50 Sekunden. Wie viel? 50. 50. Schau dir das. Ich brauch' ich aber nur 8 Minuten oder so. Das war gut. Oh! Nein! Nein! Boah! Fuck! Aber hier sind ja so viele Leute angeschlagen, das stimmt, ne? Hier kannst du nix machen, ey! So ein Dreck! Überall sind Leute! Nicht falsch verstehen, äh, liebe Zuschauer, es macht schon Bock, es bockt gewaltig, aber es frustet dann auch. Nein! Oh, da hat er mich wieder verarscht, denn der Meckar, ne? Der, 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 wie gesagt, die Wurpschen so ein geiles Schnell, ich bin auch so ein schwer. Nein! Ich wusste jetzt, dass das nicht klappt und ich hab's trotzdem gemacht. Komm schon! Boah! Wenn mir den Kopf wär' geworbst. Auch schon! Ich will noch mal! Ich bin vorletzter, wie schlimm. Ne, die andere Seite geht doch noch weiter. Ach so, stimmt. Aber ich hab'n Kill mehr als Hamsin, das ist unglaublich! Nein! Ja, wir haben 13 zur Sicht. Aber wir schieben's auf den Ping. Ne, wir schieben's einfach auf den Spielmodus. Ja! Auf den Skill können wir's nicht schieben. Ja, wir schieben's auf den Ping. Obwohl's natürlich bei den anderen, wie gesagt, auch gerne mal, dass so ein Mord von hinten kommt. Aber das hier ist ja eigentlich nur so nix von hinten. Blau-rot. Das hat eigentlich nix...rot? Okay. Das hat eigentlich nix hier mit Skill zu tun, weil so oft wie ich günstig gestanden habe, und dann auch, wie oft ich ungünstig gestanden habe, das ist... Naja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Teammission. Wollen wir jetzt noch mal kurz abbrechen und dann neues anfangen? Das kann länger dauern. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Dann wird das halt ne kürzere Episode. Kann man ja mal machen, ne? Ja. Und, ähm, gut. Dann sind wir bei der Teammission wieder da. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu Chivalry. Mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschö! 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 Tschö!